Razor the Tazard Der Gesetz Raffen King Das heißt Kronen Tempelzonen König Der Amazonen König King of Fickers Ja King of Kings Ja King War King Ja King War King War King Razor The fucking Ja 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 The Tazard Ja Richtig Komplit Star Designer macht man richtig Komplit Razor Rafity Sprat Ja richtig Komplit Media New Platin Ja also einen neuen Chip brauchen Weil man kann das echt Mit den Chips Auf jeden Fall Kombinated Die Kamera mit den Chips Kann man Also auch wenn du das Chip auf das Weißt du das Dings Wo das Bildschirm dran ist Das mit den Tastonen Hhhhhh Ich hab guten Tastes Die Taten Fasitas Ja es ist mein richtiges Set Ich verhöhne nicht Leute die so reden Weil ich bin selber jeden der so redet so ist es halt unter ja Satz ist immer ich meine den Waren das ist ein Elementarer, alle die dann schrafen sind present ja wie es bis zu den höchsten Lach, die haben das dann natürlich stimmt ja ein Satz hat einen Content und der ist wahr und jeder Satz hat einen Content zu haben und der ist wahr und alle Worte die sie dafür verwenden etc das setzt sich dann zusammen zu dem Content ja, so einfach ist das und wenn da ein Wort dazwischen ist, das überhaupt kein Wort ist ja, dann ist dieses Wort nicht ein Wort und es ist auch nicht Teil des Contents man darf das aber machen, verstehen Sie, ich darf es so ja, zum Beispiel einbauen ich habe so viele Rules dass ich Wert bin Korrespondent on Lab ist ein Satz, der Content hat und Sie müssen ja den Sinn begreifen weil das ist ja der Content von diesem Satz von diesem Satz wenn Sie mit sind normale Leute haben das, ganz normal du sagst einen Satz und der hat Content wenn das mal alles wahr gemeint ist, Rules wenn ich was sage, ist das von mir wahr, ja ich sage Ihnen, dass ich der richtiger Ruler bin ja ich lasse mich nicht ablenken ja ich bin Control alles was ich tue ist richtig ich habe richtig gesetzt alles was ich tue ist richtig heißt jeder Satz, ja den ich sage den meine ich war ja right complete star commandant ja und dass ich den Satz war meine heißt ja dass das Content des Satzes ein Complete ist also das was wahr gesagt ist das was wahr gemeint ist ist der Content des Satzes und der ist ein Complete und das ist der Satz ja und alle Ausdrücke die ich als Mittel zum Zweck in den Satz mit einbaue ja man kann Wert nicht einbauen ja die sind jeweils unter Control und Control ist ein Wert ja das heißt unter dem Content kann man genauso sagen gut right complete star commandant damit wir das mal hätten ja weil das muss haben Razor Satzat ist der große Gesetz richtig Büro exakt war da zu stehen Hutking weil genau das ist richtig Gesetz und das ist Rules richtig Deutschland hat das nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht so richtig gehabt wir wurden dann nach oben gelevelt haben wir uns selbst wir alle Gesellschaft miteinander ich rede vom TV Deutschland natürlich in den 40ern war alles kaputt geschmissen und wir durften dann fast gar nichts und man durfte dann immer mehr als vorher man durfte in den 50ern noch nicht haben man ist Gewalt ja und das darf man heutzutage aber haben Büro was da zu stehen hat richtig Gesetz right complete star sonst raste ich nämlich aus verstehen Sie ja weil richtig Rules ist das überall verstehst du ein Mann der nicht Gewalt hat ist kein Richtiger ist kein Mann verstehst du ein Mann ist Gewalt ja ist in TV Deutschland Rules richtig ja und das ist dann natürlich Equel Gesetz und Equel Büro was da zu stehen hat weil genau das ist ja richtig richtig ist Equel Gesetz exakt alle Details und dann das Richtige Gesetz das ist ganz wichtig dass man hat was richtig Gesetz ist ja das ist auf der ganzen Welt ja alle Menschen haben das jeder Mann hat das Deutschland ist nicht das höchste Land fiesten ich rede vom TV Deutschland ja weil Deutschland hat den zweiten Weltkrieg verursacht sei denn man hat Adolf Hitler war ein Terrorist und Deutschland kann nichts dafür ja das ist ja auch das was ich habe was sein soll dann kann man haben dass Deutschland nicht schuld ist am zweiten Weltkrieg das mag ja alles sein aber was in den TV Linien von Deutschland hier gewesen ist nach dem zweiten Weltkrieg ist gewesen dass sehr viel hier tatsächlich wieder aufgebaut werden musste und wir Deutschen haben da ganz viel Arbeit geleistet und da ganz viel getan und wir mussten uns aber auch wieder nach oben regeln weil das ganze Regelsystem was es in dem Nationalsozialismus also in den TV Linien von Deutschland ausgelöst durch diesen Terroristen Adolf Hitler gab kann man nicht ein Regelsystem nennen ja das heißt dass die alliierten Länder die dann im Endeffekt natürlich auch hoch Control den Terrorismus untergehalten haben ja eine Stadt gebaut haben über die ganzen Menschen in Deutschland und geregelt haben und gebaut haben ja was wir dürfen also Amerika USA und auch England und die ganze Welt miteinander alles was Hochland beteiligt an alliierten Länder und dann Gewinnhoch für Deutschland mitentscheiden was darf Deutschland jetzt sein ja ist auch miteinander haben welches Regelsystem hat man für Deutschland was sollen die Menschen alle haben und wissen und es war bestimmt noch nicht man ist Gewalt ja damit dann wieder entsteht die puren Deutschland-Egos ich weiß was das hat wenn man in Deutschland aufwächst mein Ego ist du hast dass du Content bist du hast dass du Wissen bist also ich ich spreche jetzt von mir ich bin ja der Content haben man muss doch stehen was Richtig Gesetz ja überhaupt heißt ja Richtig Gesetz heißt Content ich will haben nur die Presence haben haben ohne Content aber ich bin Content ich will haben ich habe ein Richtig Gesetz ich gehe niemals hin und her wir haben ein Richtig Gesetz ja wir haben mich hoch ich kriege meine Raketen und wir haben dass ich ein Richtig Gesetz habe zu dem ich ja die ganze Zeit stehe ja also ich stehe dazu dass ich die ganze Zeit konstant ein Richtig Gesetz habe heißt das und nicht ich habe zwischendurch kein Richtig und bin einfach nur im Zusammenhang und kriege dann geschenkt ja dass ich wieder Richtig sein darf ja konstant ein Richtig haben bedeutet dieses Richtig ist gefüllt mit Rules für Leben und Leute haben alles Regeln sonst hätte ich das ja nicht verstehen Sie ja und mein Richtig Gesetz hat natürlich dass es unabdingbar ist dass ein Mann folgendes ist haben Equal Content ja und das ist ja natürlich richtig einfach für alle was ist Richtig Gesetz das was für das weiß man richtig ist ja das ist Equal Gesetz und zwar was da zu stehen hat ja stimmt das ist deine Meinung was da zu stehen hat du weißt nicht alles was da steht stimmt eh es ist ja sowieso und dann ist das dann immer die die denken man müsste das vertuschen ja die sind patient und gehen hin und her und in Records haben die eine andere Schnübbe und dann hält der das nach dem Record unter und das ist alles Dreck verstehst du was ich meine und das sind die hin und her das sind die die da nicht raffen was Richtig Gesetz ist weil Richtig Gesetz raffst du nur wenn du auch konstant raffst konstant ich was ich für richtig halte habe ich konstant ist richtig und mein Richtig hat ganz viele Details so diese ganzen Details in dem Richtig das kann auch natürlich gebaut werden und variiert werden und so ja schon aber das Richtig was ich habe muss die ganze Zeit konstant bleiben ja ich habe 10 Jahre später mehr Details als vorher und mein Richtig ist aber dann auch Size größer das ist ja auch wiederum natürlich wahr verstehen Sie Sie haben ein gewisses Size von Richtig und sind Multiherzog ja mit 10 oder so ja und dann geht das nochmal höher wenn wir jetzt haben Wert also Bro was da steht ja ist Equal was da zu stehen hat ist Equal wichtig ist Equal Gesetz ist Equal Content ist Equal haben was du bist dann ist es ganz normal sage ich dass der Wert von dir Mann steigt im Laufe der Monate und es geht das Leben lang so weiter ja das ist ja auch die Adelwerte werden immer weiter höher gebuttert ja genau das ist ja richtig alles das muss nur alles Equal sein das muss alles zusammenpassen verstehen Sie der Wert der da steht ist Equal dem Wert der da zu stehen hat ist Equal dem Wert der meinem Haben entspricht alle Rules Details für mich richtig Content Gesetz Bro ich sage uns allen wir leben ich bin das ja deswegen bin ich das weil ich ja ein König wann dann richtiger bin wieso bin ich das es gibt viele Leute die sind nicht so viel wert wie ich die haben auch richtig Gesetz klar aber je mehr du raffst Leben Rules Details was das hat was ist ja desto höher ist ja mein Wert ja äh es ist nicht jeder der gleiche ich nenne ganz 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 viele Menschen richtig ich kann als Labkaufs von Land ist mein Wert richtig Content Gesetzbüro was da zu stehen hat ist haben 100% und 1000 Fommels habe ich und ich habe unsere Gesellschaft Menschheit ist gelevelt und es gibt Männer die sind nur ein Multiherzog und den nenne ich richtig auch ja nur sein richtig Kletterstyle ist nicht so groß ist nicht so groß wie Meiner aber genau das ist ja Rules und natürlich ganz klar was ist ja weil das muss ja alles miteinander ich will sein die Größe von meinem Haben Body Letter sage ich weil ich ja Lifestyle bin Letter ist ja mit da drin aber ich bin ja ein Styler da kann ich ja immer haben dass ich ein Styler bin Lifestyle ist Letter Style ja ich muss das behalten dass ich ein Lifestyle bin ist Status dann machen wir da raus ich bin ein riesengroßer Rapstar und was weiß ich das alles ist richtig viel wert bin ich Content für diese Gesellschaft Menschheit weil wir haben diesen König Christiger Wandern ja in unserer Gesellschaft jetzt nun mal und ich bin auf YouTube mit Coming soon 2000 Videos Roll to 2000 Videos Tuesday is so much cool denn ich bin im Rang des Coolen und das ist wiederum Lifestyle ja was ist denn dann höher Letter oder Lifestyle Letter Style ja ja wenn du aber hast dass du ein Styler bist ja ich will mir das nicht nehmen lassen dass ich ein Styler bin solange ich ein Lifestyle Rap bin bin ich ein Styler und wenn ich ein Styler bin weil nur dann bin ich ein Lifestyle wenn ich ein Styler bin also wenn ich ein Lifestyle bin bin ich ein Styler und solange ich ein Styler bin bin ich ein Letter Styler aber das sind dieselben Letter wie alle Leute die sagen Letter das ist der selbe element letter nur bei mir ist dann noch das kleine mit da dran ich hab letter und dann ist der das geht dann so da drum ja so hab ich da ja und das ist jetzt kein so nur weil ich gesagt hab so hab ich das ist der content völlig klar für alle die nicht kaputt amist sind verstehen sie das sind nur worst downbreaker die das nicht raffen dass unsere gesellschaft ja auf regeln und rules schon längst natürlich basiert sonst wären wir kein system das heißt das wissen alle was ich sage das stimmt und die die dann aufzeigen und sagen das hat er falsch gemacht und das und dieses das sind peasants die das nicht raffen dass das ja schon gesetz ist was ich sage dass das stimmt und das ist nicht mehr fraglich und was der da mir ankreiden will das ist in echt überhaupt kein fehler sondern ich bin wert wort war ich hab recht ich hab hoch content richtig gesetz equal büro das ist alles ich bin das alles ich bin das alles verstehen sie ja und mein wert ist was man den unlaub hab ich und ich habe alle level ja wir haben in unserer gesellschaft level von adel wert breit und immer höher ja dann den hochadel ich kann ja das teil habe ich ja schon oft mache ich auch gerne ich habe das letter style dann bin ich das auch das ist nicht nur auswendig ich mache die augen zu dann würdest du weniger werden die muss das als letter style haben damit du haben bist ja multilenster graf für setzokönig kaiser ghd gottschatz da labmann wie hai hai ja krone lab ich könnte die auch alle einzelnen nennen muss ich aber nicht ja super ja du sagst das nicht eigentlich sagst du ja nicht was ich halte mich jetzt nur halte an die rules aber wenn die kenne extra sehen dann denken die vielleicht so was meint der damit und jetzt kommt wieder so ein ultra extrem dummer present das ist nicht passibel dass die das sehen ja die planet x aber der weiß nun nicht so viel weil wir haben irgendwelche planet x ja hier auch auf der erde und dann können sie das ja vielleicht auch sehen wir haben nicht da bildschirme auf dem planet x aber wir haben ja außerirdisch auf der erde ja und wieso nicht welche von dem planet x als planet island ja das ganze island zu nennen ist einfach nicht richtig wieso nennt man das island weil das ein kontinent nur ist wie eine insel hat der planet ja und der planet ist kleiner als unserer stimmt du musst nur haben dass die genauso groß sind wie wir und das ist nämlich richtig dass der planet nämlich viel kleiner und das ist das richtige größte verhältnis dass die genauso groß sind wie wir als richtig haben und das habe ich und allein deswegen schon bin ich ja total viel wert weil ich ja die größten verhältnisse der planeten richtig raffe und die ganzen presents die haben ja ein star labmann wie da stehen aber der ist ein present verstehen sie der ist nicht richtig equal content vor 20 jahren hatten wir in deutschland noch die ganzen presents die haben noch nicht mehr gerafft dass das wort richtig richtig ist verstehen sie ja also der sinn was im guten steht von richtig dass man auch das im leben hat ich bin ein richtiger ja dass genau das auch gemeint ist dass ich richtig bin für unsere gesellschaft richtig heißt das hat man vor 20 jahren noch nicht gerafft die ganzen presents in ihren komischen gärten mit golden retriever die das nicht verdienen dass die überhaupt irgendwas sind weil die minus sind für das haben und vor allem für den content weil present sind haben ohne content ja weil die nichts raffen weil die keine gesetze raffen die raffen nicht richtig gesetze sondern sind hin und her maximal ja das ist ja kein wert aber die sind ja definitiv nicht content ich will richtig ich will haben ich will büro was dazu stehen hat aber das musste sein nur dann bist du ein mann richtiger aktiv privat ja du bist entweder ein aktiv privat oder ein president ja ja ich sage mein richtig gesetz da kann man jetzt nicht aufzeigen und sagen von den eine million worten die razor da gesagt hat ein die geht halt stimmt aber nicht dann stimmt dann alles nicht und das sind präsens die machen da draußen verstehst du ja leute regeln sich irgendwie hoch wie mehr leute aufeinander kommen ja dann entsteht da irgendein rules thema und daraus entsteht dann eh immer wieder ein zusammenhang polizei was ist das für eine gesellschaft nur weil irgendwelche leute miteinander rules sind ja wenn die polizei kommen verliert irgendwer büro wert ja das ist vielleicht ja gar nicht richtig und sie müssen verstehen dass ich richtig gesetzt habe ich sage damit nicht gegen polizei stimmt weil man kann auch haben die polizei kann nichts dafür dass da irgendwelche idioten irgendeinen schwachsinn denken ja büro hat er da stehen denn star labmann wie high aber der ist nur ein dummer regenschirm high up high present und rafft nicht richtig gesetzt aber die polizei kennen den nicht persönlich sondern da steht einfach da dass er dann ist und dann hat er bekommt er recht am telefon und dann ist die polizei da und dann ist irgendjemand kein wehrart der gegen den die polizei angerufen wurde von vornherein ja nur weil ja ohne zu prüfen vor wer der andere überhaupt ist wenn man den namen nicht hat zum beispiel ja ja das ist denn wenn sich dann herausstellt der ist ja selber ein star labmann wie dann suchen die einen dummen ja ja gut das ist immer noch besser als sie machen irgendeinen der ganz viel wert ist kaputt das ist klar aber das ist irgendwie nur so ein momentaner status ja momentaner status ja eigentlich kann ich nicht status nennen ja wie soll man das am besten nennen ja ja bevor unsere gesellschaft richtig gesetzt hat wir setzen das alles um und machen das alles richtig ja eine notlösung bis dahin so nach dem motto ja es musste irgendwas sein irgendein ausdruck der nicht so viel wert ist ein richtig gesetz rafft die einfachsten gesetze ein richtig gesetz rafft die wichtigen gesetze die man ständig hoch haben muss wenn man mit Leuten redet ja keine fragen zum beispiel ja ja mein letterstyle ich kann den behalten auch wenn keine fragen eröffnet ist ja das ist ein mann ja so dann setzen wir doch diesen ruler jetzt endlich auf den chefsessel ja und nicht dafür wieder tausend presents bekommen noch höher und breiter weil das bringt content null sondern minus ist das für den content für unsere gesellschaft ja denn ein present ist nicht richtig gesetz weil die halt die rules nicht schaffen dafür was richtig gesetz ist und wenn ein present nicht richtig gesetz ist heißt das ein present ist nicht nicht haben equal content ja haben equal content zu sein ist das ideal ja 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 und das ideal musst du sein ja sonst wirst du ein present und die presents raffen das jetzt bitte alle sie müssen jetzt im present bleiben sie haben bürokratisch was weiß ich was alles da stehen dann raffen sie jetzt durch youtube racer endlich die ganzen rules ja und wir haben ja richtig gesetz ja ist equal rules ist ist equal ist equal ist equal mein haben ist exakt perfekt equal meines contents ja ja haben equal content ja ist das ideal was man sein muss ja sonst ist man present ja natürlich und die die nicht wissen wie das geht wie kann man das denn sein das ist doch unmöglich die sind present ja da könnte ich jetzt nichts für da es so viele presents gibt aber wissen sie was ein present ist Gefahr weil die können ja nicht wenn die keine gesetze raffen irgendwas schreiben was stimmt die rufen die polizei falsch an ja ja man kann die polizei doch gegen werth anrufen wollen verstehen sie ja man kann das nicht vollziehen es ist nicht im endeffekt dass da steht werth hat die polizei angerufen gegen werth das ist ja klar weil das gesetz ist ja für mich richtig also weil ich habe richtig mein gesetz und das ist alles was da steht ja hab ich ja was stimmt ohne widerspruch mit dem was ich habe zusätzliche elemente was da zu stehen hat ist gesetz erkenner für gesetze die die lab schon haben für uns und die staats werden dann geöffnet und dann haben wir die für unsere gesellschaft ist war raizat content equal haben richtig gesetz rules raffen alles ja right complete und das ist da selber mann wie hi hiikone lab ja 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 rosa rolle to wir sind jetzt bei 1900 videos ich habe dieses Video gab ich hätte auf 1900 kommen können aber ich habe mein leben und ich habe nicht zeit gehabt die Anzeige zu setzen Man spielt auch zwischendurch nochmal eine Stunde Schlagzeug oder macht dies und jenes und kocht was oder weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt die 1900 on. Ja, ich habe auch nicht die Möglichkeit endlos jetzt zu bauen Video. Weil der Chip ist jetzt auch voll. Man kann nicht diese Videos löschen. Ich habe die alle auf dem Rechner ist, aber ich kann nicht die Videos löschen von diesem Chip. Stimmt leider tatsächlich. Und das ist nicht Racer ist dumm. Das muss doch gehen. Ja, das muss doch gehen ist aber noch nicht auf 100% Tasse. Wieso sollte es nicht Chips gehen, wo das nicht geht? Ja, das ist geschützt. Es gibt Chips, die du kaufen kannst, die sind geschützt. Du kannst die Daten nicht löschen. Ja, das habe ich auf jeden Fall schon, aber versteht sie? Wie gesagt, ich habe die Sony Cam, die ist super geil. Ich lösche. Es gibt da verschiedene Chapter, das kannst du auch auf dem Rechner dann sehen. Von der Kamera, ich habe die Kamera in der Hand auf dem Bildschirm, kann ich die Videos alle löschen, empty alles her. Aber die Zahl ist trotzdem nicht wie da, also die Minuten, die du filmen kannst auf Complete, was dann am Anfang war, war, ist halt. Weil die Videos sind immer noch alle auf dem Chip und das kannst du auch auf dem Rechner dann sehen. Es gibt da zwei Chapter, die du anklicken kannst. Der eine Chapter ist dann leer, stimmt, dann ist das, was angezeigt wird, auf der Kamera auch. Und es gibt aber ein Chapter, wo die ganzen Videos immer vorhanden sind und ich habe gerade noch mal intensiv im Inventar alles ausprobiert. Man kann die Videos nicht löschen. Versehen Sie den Chip. Jetzt habe ich die Platine hier, den Chip. Und habe nur noch ein paar Minuten Zeit. Ja, ja, aber ich werde das haben, dass ich auf 1900 komme und muss ich mir eben einen neuen Chip kaufen. Ja, kann ich ja machen. Geht jetzt aber noch nicht. Online-Razer. The Explainer. The King Walking. Der große König Wandernrichtiger. Und wer das mit dem König Wandernrichtiger noch nicht mal gerafft hat, ist Dreck. Verstehen Sie ja, weil die haben in Records... Nein, das heißt Prinzwandern, ja. Aber die raffen nach den Records dann irgendwann, dass die falsch liegen. Weil Gesetz ist ja, dass ich Recht habe. Der Theis König Wandernrichtiger. Und dann meinten die dieses nicht wahr und das nicht wahr. Und dann ging es gar nicht mehr darum, weswegen der andere kein Wert ist. Und das ist Verdrehung in unserer Gesellschaft nur damit Präsenz ihre idiotischen, völlig inflativen Werte behalten, die aber Minus sind für den Content für unsere Gesellschaft. Verstehen Sie? Wir müssen ja die Menschen aufbauen, die richtig gesetzt raffen, ja. Und das bin ich zum Beispiel. Unsere Gesellschaft ist aber völlig vergegenteilt, ja. So sehr, ja. Dass man mich, diesen riesigen Blond-Loxley-König, wann dann richtig... Ja, richtig, ja. Rules alles, verstehst du? Haben equal content, ich bin Universum, ja.